Ja, Hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.1.5. Wir sind hier auf den Dracheninseln im Azurblauen Gebirge, ein bisschen in der Nähe von Iscara und sind hier bei Luke Fitzcorp, nehmen die Quest Kein Zwerg bleibt zurück an. So, und dann müssen wir hier die, also auf jeden Fall hier diesen Folianten looten. Und dann hier ist ein Flashin, das müssen wir looten. Müssen wir den dritten Hinweis finden. Der ist hier, bewacht von FAMOBS. So, jetzt können wir den noch holen. So, dritter Hinweis gefunden. Dann gibt es wohl noch einen, den vierten Hinweis, der ist hier. Oh, hier drüben, hier ist Elnara. Dann reden wir gleich mal mit Elnara. Kurz noch den Moloch hier wegballern. Elnara. Kein Zwerg bleibt zurück, hier hebt man es also ab. 28 Gold, 9 Silber, bisschen Ruf. Und damit haben wir die Quest Kein Zwerg bleibt zurück beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt im YouTube-Kanal. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui.